Ein Anstieg in den letzten 20 Jahren von nicht weniger als etwa 5% des Kohlendioxidgehalts. Auch bei nur 0,03% Kohlendioxid in der Atmosphäre macht das schon etwas aus. Diese Steigerung wird etwa ein Ansteigen der Durchschnittstemperatur von einem halben Grad bewirken. Und die Experten haben ausgerechnet, dass wenn diese Tendenz weitergeht, der Temperaturanstieg in der Atmosphäre, der durchschnittliche Temperaturanstieg bis zum Jahre 2050 etwa 2 bis 3 Grad betragen wird. Das sieht so aus, als ob das ein lächerlich geringer Betrag ist. Die Folgen allerdings sind einschneidend. Zum Beispiel steht ziemlich sicher fest, das ist das Szenario, was Klimatologen durchgerechnet haben, dass die Wüstengebiete der Erde sich ausdehnen werden, dass sie wandern werden, nach Norden vordrücken werden. Schon bei 5 Grad Ansteigen der Durchschnittstemperatur der Atmosphäre werden die Wüstengebiete bis in unsere subtropischen Breiten vorstoßen. Stellen Sie sich vor, was das heißt. Dann werden sich die Anbaugebiete weiter nach Norden verschieben, in nördliche Staaten hinein, wo es heute keinen nennenswerten Anbau gibt. Damit ändern sich aber seit Jahrhunderten gewachsene soziale Strukturen, abgesehen davon, dass die Anbauflächen sich verkleinern.